Am 7.8. Mai, Flottexponier in Neuland, www.dotnet.ik Das nächste Team macht sich bereits im Ring breit. Sie mit Requisit-Programm im Einsatz, das ist Anja Jakob, mein Merlin, Merlin ist Sportkolleg, er ist 2 Jahre und 11 Monate, er hat im selben Fall irgendwann anfangs nächstes den Sinn, 3. Geburtstag. Sie tanzen zum Lied die alte Moorhekse. Auch wir werden informiert, dürfen schonmal einen Applaus stellen. Applaus 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 Die alte Moorhex, der Hex, in den Teufelsmoor herum, dreht sich wenig dem Ganzen um, lacht sich schief und lacht sich krumm, wenn die Tiere ex sich witter, los die Kinder alle zittern, jetzt die ganze Welt burm. Ex kerum, ex kerum, uhuuuuuuuuuh, uhuuuuuuuh, uhuuuuuuuh, uhuuuuuuh, uhuuuuuuuh, uhuuuuuuuh, uhuuuuuh, uhuuuuuhu. Gegen Mitternacht jedoch, fährt sie in die Echsenloch. Füttert ihre sieben Schwangen in den schnellen, starken, langen Echsenwesen in den Stall. Schwach und rasch und überall hält die ganze Welt für dumm. Echse rum, Echse rum. Echsenwesen Rrrr 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 Netztes Mal haben wir Mellin. Merlin macht neben Topdance noch weitere Sportarten. Das sind Klickball 1 Ritz und im Zukunftssport ist sie auch tätig. Das seid Sie, Daniel und Merlin, sind die grössten Hobbys neben Topdance von Merlin.